Willkommen zur Lösung von Aufgabe 2 von Blatt 1. Hier geht es um die französische Eisenbahnmetrik, die ihr ja schon aus der Vorlesung kennt. Wir wollen uns noch mal kurz daran erinnern, was das ist. Das war ja eine Metrik auf dem R auf N und ich male das mal hier für den R2 auf, wenn wir ein Koordinatensystem haben. Dann liegt Paris im Ursprung von diesem Koordinatensystem. Und gewissermaßen ist es so, es gibt Schienen überall, aber diese Schienen, die führen alle nur nach Paris. Das heißt, wenn ich von A nach B möchte, dann ist die einzige Möglichkeit, wie ich das machen kann, dass ich von A erst nach Paris fahre und dann von Paris zurück nach A. Quatsch, nach B. Und nur in dem Fall, wo gerade B auf der Strecke liegt, da kann ich mir den Umweg über Paris sparen. Ja, wenn ich von A nach, sag ich mal, hier hin möchte, nach A', dann muss ich natürlich nicht von A nach Paris fahren, Paris nach P, und dann zurück nach A', sondern ich muss nur den Weg von A nach A' nehmen. Und das drückt sich in Formeln so aus, dass der Abstand von X und Y ja davon abhängt, ob jetzt X und Y sowie A und A' auf einem Strahl liegen, der von P ausgeht. Und diese Beziehung von A und A', die kann man so ausdrücken, dass das eine ein positives Vielfaches des anderen ist. Wenn das der Fall ist, dann setzt man die Distanz einfach auf den normalen euklidischen Abstand von X und Y. Andernfalls nimmt man den Betrag von X und den Betrag von Y, beziehungsweise ich sollte besser sagen, die euklidische Norm von X plus die euklidische Norm von Y, denn das entspricht jeweils der Strecke von X bzw. Y nach Paris. Das ist ja schon eine sehr seltsame Metrik, wenn man mal überlegt, ich sitze hier in Punkt A und ich möchte vielleicht an einem Punkt, der ganz, ganz nah dabei ist, nennen wir den mal Punkt C, dann muss ich trotz allem erstmal von A nach Paris und zurück nach C. Also einen riesigen Weg, obwohl der Abstand hier vielleicht nur Epsilon klein ist, für beliebig kleines Epsilon. Ist natürlich irgendwie unrealistisch, eigentlich wird man da wahrscheinlich dann zu Fuß gehen und nicht die Bahnstrecke über Paris, aber naja. So ist das eben hier mit der Eisenbahnmetrik. Unsere Frage ist ja auch nicht, ob das sinnvoll ist, sondern wir wollen etwas beweisen. Wir wollen nämlich beweisen, dass das Ding hier wirklich eine Metrik ist. Also Behauptung. D ist eine Metrik. Und genauso wie bei Aufgabe 1 müssen wir auch hier jetzt einfach die drei definierenden Eigenschaften überprüfen. Und das erste war, dxy darf nur dann 0 sein, wenn x gleich y. Es muss sogar eine genau dann-wenn-Beziehung sein. Aber machen wir erstmal die eine Richtung. Also wenn dxy gleich 0 ist, was können wir dann sagen? Ja, dann sind wir entweder in dem ersten oder in dem zweiten Fall. Also wir können sagen, entweder ist x minus y gleich 0 oder aber Betrag x plus, nee, Norm x plus Norm y ist gleich 0. In dem einen Fall haben wir, dass x gleich y ist und in dem anderen Fall, dass x gleich y gleich 0 ist. In jedem Fall aber ist x gleich y. Gut, was ist dann der Fall, wenn x gleich y ist? Also in der Gegenrichtung. Wenn x gleich y ist, dann sind wir doch in dem ersten Fall. Dann sind wir nämlich in dem Fall, dass x gleich alpha y ist für ein alpha größer 0, nämlich ganz konkret für alpha gleich 1. Und dementsprechend ist d von xy gleich Norm von x minus y. Und weil x gleich y war, ist das 0. Gut, Punkt 2, das war die Symmetrie. Die sieht man eigentlich auch recht schnell. Nehmen wir uns zwei Punkte x und y aus dem Grundraum, dem R hoch n. Dann kommt es jetzt wieder darauf an, ob wir in dem ersten oder in dem zweiten Fall sind. Also falls wir in dem ersten Fall sind, dass also x gleich alpha y ist für ein alpha größer 0, dann ist ja andersrum auch y gleich 1 durch alpha x. Sprich, ob wir dxy oder dyx berechnen wollen. Beide Male sind hier in dem ersten Fall diese Fallunterscheidung. Und das heißt, wir können sagen, dass dxy gleich Norm von x minus y ist. Das ist natürlich Norm von y minus x und das ist aber auch d von yx. Gut, was ist denn, wenn wir in dem zweiten Fall sind? Also sagen wir mal in dem sonst Fall. Dann ist es aber auch so, dass wenn wir y und x vertauschen, dass wir ebenfalls in diesem zweiten Fall sind. Also dann ist das ist ja x ungleich alpha y für jedes alpha größer als 0, aber dementsprechend auch y ungleich, sagen wir alpha' x für alle alpha' größer 0. Wir sind also beide Male in dem zweiten Fall und können sagen, dass der Abstand von y und x gleich Norm von y plus Norm von x ist. Das ist gleich Norm von x plus Norm von y. Wer hätte das gedacht? Und das ist der Abstand von x und y. fehlt also noch die 3x-Ungleichung. Dafür brauchen wir ja drei Punkte. x, y und z. Und jetzt könnte man denken, dass das jetzt ja sehr, sehr kompliziert ist. Denn es kommt ja darauf an, wie liegen diese drei Punkte zueinander? Liegen vielleicht zwei von denen auf einem Strahl gesehen von Paris aus? Liegen alle drei auf einem oder keine? Und wenn zwei auf einem Strahl liegen, welche zwei sind das? Es scheint also, dass es da ganz, ganz viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten gibt, die wir alle überprüfen müssen. Aber das ist tatsächlich gar nicht so. Wenn wir uns noch mal diese Bedingung angucken, ich schreibe die mal als Notiz hier daneben, dass wir in dem ersten Fall waren, das hieß ja, dass x gleich Alpha y für ein Alpha größer 0 ist. Und das Gute an dieser Bedingung ist, dass das eine sogenannte Äquivalenzrelation ist. Das kennt ihr vielleicht noch aus dem ersten Semester. oder aus Linearalgebra. Ich weiß nicht, ob wir es in Analyse 1 hatten. Aber das heißt, oft schreibt man das dann mit so einem Tilde-Symbol. Also wir definieren jetzt einfach mal, dass wir diese Aussage, dass das gilt, mit dem Symbol x-Tilde-y bezeichnen. bezeichnen. Ja, und das ist eine Äquivalenzrelation, denn das erfüllt verschiedene Eigenschaften. Einmal ist x-Tilde-y genau dann, wenn y-Tilde-x ist. Das ist das, was wir eben schon verwendet haben, da wo aus dem Alpha ein 1 durch Alpha wurde. außerdem gilt, dass x-Tilde-x gilt für jedes x. Das haben wir ja auch schon eben verwendet. Einfach mit Alpha gleich 1. Und außerdem gilt das, was man Transitivität nennt. Das heißt, wenn x-Tilde-y gilt und y-Tilde-z, dann gilt auch x-Tilde-z. Und weil das alles der Fall ist, ist jetzt unser Leben gar nicht so schwer, denn eigentlich haben wir nur zwei relevante Fälle. Der eine Fall ist der, dass x-Tilde-y gilt, das heißt, x und y liegen von Paris gesehen auf einem Strahl und es gilt y-Tilde-z. Das frage ich mal so zusammengefasst auf. Wegen der gerade erwähnten Transitivität gilt dann auch x-Tilde-z. x und z sind dann also auch auf einem Strahl von Paris ausgesehen. Ja, aber wenn das der Fall ist, dann heißt das, egal welche Kombinationen aus x, y und z wir jetzt in unsere Metrik einsetzen, wir sind immer in dem ersten Fall. Das heißt, dxz ist gleich x-z davon die euclidische Norm. Ja gut, für die kennen wir aber die Dreiecksungleichung. Hier können wir jetzt also das y einfügen. Aber da wie gesagt wir immer in dem ersten Fall sind, ist das auch d von xy und d von yz. Das heißt, in diesem Fall gilt die Dreiecksungleichung. Und jetzt müssen wir noch den Fall behandeln, dass x und y und z eben nicht alle drei auf einem gemeinsamen Strahl liegen. Ja, was können wir dann aussagen? Also erstmal können wir sagen, dass der Abstand von x und z immer kleiner gleich Norm von x plus Norm von z ist. Das ist ja gerade die Wegstrecke, die es kostet, wenn man über Paris gehen muss, wenn man im zweiten Fall ist. Das ist der schlechtere Fall, da wo es mehr kostet. Und jetzt möchten wir ja irgendwie das y einschmuggeln und das können wir auf zwei verschiedene Arten und Weisen machen mit der Dreiecksungleichung für die euclidische Norm. Wir können das y einmal in dem ersten Teil einschmuggeln und das würden wir so machen, dass wir x abschätzen durch x minus y plus y und z lassen wir so stehen. Wir hätten es aber auch anders machen können. Wir hätten das y auch bei dem z einschmuggeln können. Dann hätten wir gehabt, Norm von x bleibt stehen, dann die Norm von y und dann die Norm von y minus z. für beides würde das gelten. Und damit können wir sagen, hier haben wir kleiner gleich das Minimum von diesen beiden. Und jetzt lohnt es sich, das mal zu klammern, nämlich so und so und dann diese Terme mal genau anzuschauen. Denn was wir hier haben, ist ja der Abstand von x und y, wenn x und y auf einer Strecke liegen, von Paris aus gesehen, plus den Abstand von y und z, wenn sie nicht auf einer Strecke liegen. Und hier haben wir es andersrum. Der Abstand von x und y, wenn sie nicht auf einer Strecke liegen, plus der Abstand von y und z, wenn sie denn auf einer Strecke liegen. Und jetzt wissen wir ja, es kann nur entweder x und y auf einer Strecke liegen oder y und z auf einer Strecke liegen, von Paris aus gesehen. Es kann nicht beides der Fall sein. und deswegen können wir sagen, dass das tatsächlich kleiner gleich dem Abstand von x und y ist, plus dem Abstand von y und z. Ja, ich schreibe nochmal die Begründung auf, da nicht sowohl x und y auf einer Strecke liegen können, als auch y und z auf einer Strecke liegen. Ja, und damit haben wir hier die Dreiecksungleichung gezeigt und sind mit dieser Aufgabe fertig. In Teil B dieser Aufgabe stellen wir uns die Frage, ob es denn eine Norm gibt, die diese Metrik, diese französische Eisenbahnmetrik induziert. also gibt es eine Norm bezeichnen wir sie so mit einem Doppelstrich, so dass der Abstand von x und y gleich die Norm von x minus y ist. Das ist ja die Art und Weise, wie eine Norm eine Metrik induziert. Ja, also jede Norm induziert eine Metrik, aber umgekehrt ist es nicht unbedingt der Fall. Wie ist das also hier? Also nehmen wir das doch einfach mal an, dass es so wäre. Also falls das der Fall wäre. Was können wir dann sagen über den Abstand von x und y? Ja, wir haben ja gesagt, der ist die Norm von x minus y, aber wir können das auch immer anders schreiben. Wir können auch schreiben, Norm von in Klammern x minus y minus 0. Und wenn wir uns das dann so anschauen, dann sehen wir, das ist der Abstand von x minus y zu 0. Ja, das ist eine Eigenschaft von Metriken, die durch Normen induzierte Metriken immer erfüllen, nämlich die Translationsinvarianz. Ich kann sowohl zu x als auch zu y etwas dazu addieren, in diesem Fall minus y, und der Abstand bleibt unverändert. Aber was bedeutet das jetzt für uns? Was ist denn der Abstand von irgendeinem Punkt zu 0? Dieser Abstand ist immer die Norm von x minus y, in diesem Fall einfach die euclidische Norm, plus 0. Das ist der zweite Fall. Also streng genommen, wenn x gleich y wäre, dann wären wir hier in dem ersten Fall, weil beides 0 ist und dann 0 ist gleich Alpha mal 0. Aber dann kommt auch das Gleiche raus wie im zweiten Fall und deswegen können wir einfach direkt d so einsetzen, wie es im zweiten Fall steht, dass nämlich die euclidischen Normen von beiden Einsetzungselementen genommen werden und aufaddiert werden. Ja gut, das ist eben die Norm von x minus y. Aber das sagt uns dann doch jetzt, dass wir immer in dem ersten Fall sind. Denn d von xy gleich Norm von x minus y, das war doch gerade der erste Fall. Aber wir sind ja nicht wirklich immer in dem ersten Fall. Also mal ganz konkret, das gilt nicht, gilt zum Beispiel nicht, wenn ich als x folgenden Vektor wähle, erster Eintrag ist 0, erster Eintrag ist 1 und alle anderen sind 0 und als y wähle ich den letzten Eintrag 1 und alle anderen 0. In diesem Fall sind wir nicht in dem ersten Fall, also es ist nicht x gleich Alpha y für ein positives Alpha. und der Abstand von x und y der ist in diesem Fall Norm von x plus Norm von y und das ist nicht das gleiche wie die Norm von x minus y. Eintrag 1 Ja, das könnte man sich jetzt ganz konkret hinschreiben, was das denn ist. Ja, hier hätte man ja 1 plus 1 stehen und hier hätte man Wurzel 2 stehen. Ja, 1 Quadrat plus 1 Quadrat und daraus die Wurzel. Das ist natürlich nicht dasselbe. Also haben wir gezeigt, dass es nicht sein kann, dass d von einer Norm induziert ist. Wobei wir jetzt aufpassen müssen, in unserem Beispiel hier haben wir angenommen, dass wir eben r hoch n sind für ein n größer als 1. Ja, wir haben ja daraus genutzt, dass wir hier einen Eintrag hinmachen können und hier in eine andere Komponente, in einen anderen Eintrag. Dafür muss es aber erst mal mindestens zwei Komponenten geben. Also wir müssen mindestens im zweidimensionalen Raum sein, damit unser Beispiel funktioniert. Und tatsächlich im R1, also für n gleich 1, ist die französische Eisenbahnmetrik die ganz normale euklidische Metrik, die natürlich von der euklidischen Norm erzeugt wird, wie man sich leicht überlegt. Also für n gleich 1 ist der Abstand von x und y in der französischen Eisenbahnmetrik gleich die Norm von x minus y.